Wir haben ein jährlich wiedererkehrendes Event, dein Geburtstag, und die Fans der Brustgemeinde und von dir haben uns natürlich wieder gefragt, was sie denn schenken können. Und wie im letzten Jahr auch, war das Beste, was uns einfiel, wenn man dann schon irgendwie etwas schärfen will, dann soll es etwas vernünftiges sein. Und haben da halt die von dir unterstützte Aktion Musik wiegt, die von der Deutschen Eisstiftung in Südafrika, wieder mit einer Menge Geld unterstützt. Insgesamt sind da 2.200 Euro zusammengekommen. Und um das Ganze ein bisschen visuell zusammenzufassen, haben wir hier ein kleines Bild kreiert für den ganzen Menschen, die an dieser Spendenaktion beteiligt gewesen sind, die sich jetzt Geld gespendet haben, die andere Menschen motiviert haben, Geld zu spenden, und dir so ein schönes und hoffentlich für dich gutes Geburtstagsgeschenk. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk. Vielen Dank. Ich meine, ihr seid so ein Wahnsinn, das muss man jetzt auch mal sagen. Was ihr alles macht, das ganze Jahr lang für mich. Ich wäre so aufgeschmissen ohne euch. Das ist mir so bewusst. Und vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dieses Geschenk, dass ich meine Musik bewegt, das ist so ein tolles Projekt in Hope Cape Town, dass sie das immer wieder unterstützt. Das ist so wichtig, weil ich habe das ja am 1. Dezember auch gepostet. Das Glück, weißt du, in Mitteleuropa, das muss ich ja sagen, dass medizinische Versorgung, alles in Ordnung, und es gibt halt leider immer noch Bereiche auf dieser Welt, wo das nicht so ist. Und deswegen bedeutet mir das zu danken. Das ist ja schön. Danke schön. Gerne. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Darf ich das vor? Ja, das ist für dich, natürlich. Dann machen wir da vielleicht noch so ein Gemeinsames, genau. Ja. Ja. So, das machen wir jetzt so. So. Ich tippe es auf Lachen. Dankeschön. Kein Lachen, weil ich glaube, das ist in meinem Gesicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.